Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Produktvideo und in diesem Video stellen wir euch die Boosterblume von Blackbox vor. Es ist eine Batterie mit 15 Schuss, 20 Millimetern, einer Brenndauer mit 25 Sekunden und kostet nur 11 Euro. Und jetzt schauen wir mal was das Teil kann. Wir finden das eine richtig geile Batterie und für 11 Euro bekommt man da echt edles Crackling und die Batterie macht echt Spaß. Wir geben der Batterie 4,5 von 5 Sternen.